Ja So Ach scheiße weg Mein Rucksack ist weg Ich hab ja noch Ach du hast den Warte mal kurz Wenn er später in Zeit was Könntest du auch Du hast jetzt auch OP-Rechte Hab ich echt? Oh Gott hier geht's eh runter Ja warte ich baue mal kurz den Stein Ich baue hier Steine ab Hier ist ne Blaze Hier ist ne Blaze Ich konntest nie abhocken Sprenne Da drauf wird ne Blaze stehen Hier unten ist ne Blaze Äh hier so ne So ne Lohe Dings da Oh da sind 3 Geil Oh Gott Oh Gott Da müssen wir hier hin geraten Die kommt hoch Ne die kommt Ich hab keine Pfeile mehr Ich hab keine Bolzen mehr Oh Gott Oh Gott Ich bin gleich tot Hey hast du noch was zu fressen? Sonst bin ich tot Hab bloß nur ein Herz Warte Äh im Ruck Danke im Rucksack Im Rucksack müsste noch was zu fressen drin sein Ich tu dir 3 Stegs rein oben rein Hast du gesehen? Ich hab keinen Rucksack Sven hat nen Rucksack Wir mussten Sven sagen Ich hab keinen Rucksack Sven hat nen Rucksack Sehe ich ungefähr in der Ender Äh äh Enderportalhaus Höchstens Macht das 20 Schaden Oder hat das jetzt getäuscht? Macht viele Schaden Plätze zurück Du hast keine Schlüsse mehr Doch doch Ich muss nachladen mal Ja Die hat noch 10 Leben Die hat noch 10 Leben Ich brauch was zu schießen Na hier oben ist leider das Ding Herr Sven Ich kann dir die Hacke geben wenn du willst Du könntest mir auch gegebenenfalls mal aus der aus dem Rucksack ähm Warte Pfeile gehen Unten der Einer ist weg Ist noch unten einer? Ja um die Ecke Ach da Ratter ich sehe jetzt qualmen Ich glaube nicht dass ich den Ratter Der ist über mir Hier war gerade einer über mir Ja Klar der ist hier über mir Der alte Drecksack Nö das ist ja wieder weg und Und du musst ja eine weg sein Ich hab den nochmal erwischen können Der ist weg Auch hier war noch einer über mir Der Der glitcht durch die Decke der Drecksack Ich komm bloß nie hin Der glitcht Der glitcht durch die Decke Ich komm bloß nie hin Jetzt sind hier unten zwei Enner der hat bloß noch sechs leben der eine hat noch sechs leben der andere hat 20 ich komme hier echt nicht aus der potte jetzt sind hier drei sind hier unten und oben fallen auch noch welche runter den müsste ich eigentlich rankommen ja dann komme ich gar nicht ja dann gehen wir zur seite hast du mal unten auf scheiße kannst du mir feile raus schmeißen sven aus dem rucksack hinter dir danke 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 kann ich wenigstens schon mal den hier oben bekämpfen ich habe noch 15 kugeln das reicht die dusche nach unten beschließen Spawner ist weg, Ena. Eben, Spawner ist weg. Oh Gott, jetzt muss ich auch schon essen. Rücken wird es dunkel, also sind die meisten schon. Sind die meisten schon was? Dort. Ich komm hoch. Warte mal, erst mal gucken, wieviel Leben du hast. Du hast weniger als E, oder? Ist ja schon. Achtung, gleich nicht vorn. Na gut, dann. Also der Ena Spawner hier ist schon mal weg. Ich weiß bloß nicht, ich hab noch Ena dort stand. Also Ena ist weg. Ja, war bloß Ena. Gut. Tauschen, tauschen. Warte. Ja, wir können auch, wir können auch Plätze tauschen. Ich hab nachgeladen, wir können Plätze tauschen. Okay. Was ist drin? Keine Ahnung, konnte er nicht mehr gucken. Nahrung und sowas. Mitnehmen, mitnehmen, alles mitnehmen. Äh, pass auf, das Skelett ist runtergefallen. Das Skelett ist runtergefallen. Das Skelett ist runtergefallen. Sehr schön. Hat er was fallen lassen? Oben, oben, links. Gut, weil ich hab bloß noch Enen Lähmen. Also, er hat mal anpupst und ich bin weg. Ich hab was nachgeladen. Nein. Das heißt, so ein Spezialzombie wieder. Äh, Skelett. Wo er hier selber wieder verliert ist. Kriegen wir den Spawner da weg? Nee. Hier bitte? Ich nämlich nie. Warte mal kurz, ich baue mir mal hier was abschneiden. Das könnte ich wegbauen, das kann ich wegbauen. Wo ist das denn was? Danke. Geh weg. Ich hab's nicht mehr so gut. Ach, ich hab schon dort. Was siehst du noch, eh? Warte, nee. Doch, genau hier über mir. Ich mich jetzt erschrocken. Wo bist du? Gott, ich hab keinen Schuss mehr. Hab ich mich jetzt erschrocken? Wo ist denn der Alter? Hier, über mir. Geh bitte nur, geh weg. Hier, würde ich sagen, wa? Och, das müsste ich später wegkriegen eigentlich. Noch nicht. Noch nicht. Einer weg. Zweiter ist weg. Werde weg. Werde Spawner. Da oben. Da oben ist ne Loa, seh ich. Achtung, okay. Schließen sie. Ich seh's. Ich geh da aber da fest zu. Oder wo sollt' ich? Beim Turm Ene Lohre ist weg, ich höre auch noch eine andere Warte mal, ich mach hier mal zu Warte, ich guck gerade mal hier hoch Andere Lohre ist auch weg Sehr schön Hat wieder was fallen gelassen Oh, sehr schön Bevor du hoch gehst, gleich safe mit dem Rucksack Ja, haben schon elf Stück Ja, je mehr, desto besser Du musst mit dem Spitzhacker ganz schnell hochkommen Warte, Spitzhacker hab ich in der Hand Rein da, das Ding Weg Ich baue hier erstmal ab, wir brauchen die Dinger Äh, mach die Löcher zu Ich hab, du hast diese halben Steine Mach die Löcher zu Naja, und? Das reicht für die Löcher Ich seh noch eine, geh rein, um die Ecke Geh um die Ecke, da ist noch ne Stab Wie eine Spinne Warte Na, wo bist du? Oben sind sie Sie ist der Deck Ich hab sie Ähm, bevor wir hoch gehen Ich hab noch drei Steine Ich mach erstmal alles weg hier Die Spawner Ich mach erstmal die Spawner weg Ich bleib hier am Gang Wo ist die Kiste gewesen? Dort, da Rechts Ich hol erstmal das Zeug raus Ja, die Kiste erstmal Ja, das ist wichtig Man, sie ist vorne weg, Mann Und kann ich schon wieder klauen Nicht lau Sag mir, sag mir, wo der andere steht Rechts von dir, genau Okay, können wir auch bauen Äh, ne, oben sind Spinnen Ist halt egal Mach vorsichtig Äh, ich brauch nur das Ich bin vergiftet Ich geb dir mal zwei Eier Die musst du In den Rucksack rein tun Die liegen hier unten Die musst du in den Rucksack rein tun Damit sie sicher sind Also jetzt dürfte da oben eigentlich alles sauber sein Ja So, jetzt ab nach Hause Wir haben eigentlich alles, was wir wollten Hast du noch was zu essen? Ja Hast du die jetzt? Ja Ja Du hast sie eingesammelt Danke Da kann ich wenigstens regenerieren Hat doch gut geklappt, den Turm zu saubern, oder? Ja, klar Der ist so düster hier Sollten wir uns merken, ein paar Fackeln mal mitzunehmen Unten ist eine Spinne Ist das eine besondere Spinne oder eine normale? Keine Ahnung, können wir mal gleich sehen Eine, eine brennende Spinne Oh, Spinny Nimm mal für den Druck mit Ja Creeper, Creeper, Creeper Und dann eine vergiftete Spinne Die du vor uns schaffst Wo bist denn du? Mit einer Spinne kämpfen Hinter dir ist ein Creeper Ich sehe nur die Füße Oh, ich habe wieder keine Pfeile Ist das dort unser Haus? Ja Hat der Creeper jetzt ein Skrapstein hinterlassen? Hm Wie ein Creeper? Hat er so zugehört? Du musst trotzdem den Skrapstein wegmachen, Sven Ich kann es nicht Geht er nicht? Nee, ich kriege ihn nicht besser Nee, also Das kommt noch klein Das ist so gut Das ist gut Welchen Grabstein, Dirk? Nee, er hatte schon eine Sven weggemacht Hab ich schon Und das Also das Haus ist fertig So, ich weiß nicht Ob es so Reicht doch aus Ähm, ja Wie geisterbeinbebrotest du Was für Stein? Verdammene Ader Was los? Tee Audemene Ader